ja herzlich willkommen zu den spiel wenn jetzt doch jetzt einmal durchgespielt für euch und wir starten das spiel es ist zeit fertig machen zur arbeit ok ich muss mal noch was an den einstellungen ändern kamera effekte nehmen wir raus so so dann wollen wir mal was essen ja das ist dunkel draußen ok ja hier schlafen ja zur sicherheit schon mal gerade rechtzeitig ist das essen fertig geworden ja so wir sind bereit ok Tür zu ja 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 Taschenlampe ok dann wollen wir mal rausgehen wir haben ja alle seine Lady Tür zu wir wollen ja keine ungebilden Gäste im Haus haben ok 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 ah da ist der Lady ja ach man haben die voll die Tür immer noch nicht repariert muss ich schon wieder diesen großen Umweg machen ey Mann 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 ey das kann doch nicht wahr sein hier mal diese Umwege freib Lambo was das wird sooo schön werden können aber ne Warte mal wird mal nälanke sehen können ja na Nein, ich hätte doch dennoch den großen Umweg machen müssen. So, jetzt geht's zur Arbeit. Mitten in der Nacht. Naja, ist ja gutes Geld. Licht aus. Ach, da sitzt ja ein netter Herr. Den wollen wir mal ansprechen. Guten Tag, der Herr. Sie wünschen? Ich weiß, was hier wirklich passiert ist. Irgendwas mit Warnen, Callen. Ich bin hier, um dich zu warnen. Beim Namen dessen nicht ausgesprochen werden darf. Tom Warl of Threadle oder auch Bekanntheit Lord Voldemort? Wie meine? Nein, den darf man oft auch sprechen. Okay, der Tag des jüngsten Gerichts wird kommen. Hier! Hast du sonst noch was zu hören? Irgend mehr aus? Oder du wirst für ewig verdammt sein. Ja, ja. Du mich auch. Erstmal gucken. 342 5 5 5 6 5 6 6 6 7 7 5 8 7 9 9 10 9 8 10 9 ja also entschuldig wenn man gut dass du da bist nein ich habe gehört dass da jemand von der brücke geholfen ist irgendwas mit alter dame die mann gesehen der mit gebrochenen beinen die komplett verwinkelt waren straßen lang gegangen ist der geschichte wahren geschichte entschuldigung wie gesagt ich entschuldige mich schon mal für die mein schlechtes englisch so was steht denn hier ich denke irgendwas mit kann man sie mit dem managern kann man sie mit dem managern ok Ok, wir sollen ihn kontrollieren, ok, gucken wir mal hier, hm, das ist doch gut, das sieht doch gut aus, ok, das sieht auch noch gut aus, ok, ich kontrolliere aber noch. Entschuldigen Sie den Müll, der auf dem Boden liegt, ah, ja, so, da bin ich. Ich war gerade, also, entschuldigen für den Müll, der da liegt, ich war gerade am fernen, der abgelaufenen Lebensmittel. Ah, mein Job ist nicht einfach, noch niemand trinket. Ja, wehren Sie uns wieder, empfehlen Sie uns weiter. So, dann wollen wir mal das zum netten Herrn bringen. Wir haben ja zwei Chancen und der arme Alteres Dinges. Hier, Wetterherr, hier haben Sie Essen. Ja, so, dann wollen wir mal den restlichen Nahrungsmittelbild, die Idee scheint alle in Ordnung zu sein. Ja, okay, da muss ich gleich mal gucken, hm, so, nehmen wir das. Ja. Ja. Ok, guck ich mir mal an. Ok, das ist seltsam. Ok, guck ich mir mal an. Ok, guck ich mir mal an. Ok, guck ich mir mal an. Okay, guck ich mir mal an. Das Päckchen trägt deinen Namen. Ich denke das ist für dich. Ok, wir können es ablehnen oder annehmen. Aber wir müssen es ja annehmen. Wir können es auch von da annehmen. So. Kann man Tür schließen. Warte mal, mir ist was aufgefallen. Na, fällt euch was auf? Alter, das ist besser als jede Überwachungskamerei. Ihr seht, der Laden, der da drin ist, der spiegelt sich hier drin. Und das obwohl die Tür zu ist. Jetzt wird noch die Tür hier. Dieser Raum hier gespielt. Ok. Wie seht ihr diese Tür hier? Ich frag mich, wie das gehen soll. Und das ist die andere Seite. Hier kann man Zeit nicht mehr zum Blutzen, weil es hier ein bisschen näher ist. Rabi Carrot Shoes. Ich bin dringend nur so viel. Hyrum, recommandant. Ich will kurz, einen r Attorney auf. Eben. Baby. Da ist der Tür darauf anzugelt. Das ist eine alte Tür. Hier bin ich! Hier bin ich. Ich bin. Ich bin mir faire gut ab. Hier bin ich. toll man kann das nicht von dieser seite muss wieder da reingehen ja und wie es bei so kommen wenn die install das weitergeht auf hatte ich den nächsten mal also bis zum nächsten mal oder korb anto bei der companion store